Ah ja, stimmt. Fanboy, dann auch wieder Trans, komm rein theoretisch, ne. Ich hab auch wieder Kassi gevotet, ja. Das passt auch. Ich glaub ich mach's schon mal an. Ich glaub da einfach eh, dann geht nix mehr. Ich glaub das bleibt so. Das Spiel für euch auf Leinwand bringen. Ich weiß genau was passieren wird, wenn meine Klasse das herausfindet. Es endet mit einem Planeten wo ich wohne und meine Klasse schießt mit einem Tunscher auf mich. Ach Niko, du stellst immer so komische Sachen vor. Kassi gewinnt. 4 Stunden Fahrrad reicht, ja. Das stimmt. Candys speichert. So ist okay. So. Da. Jetzt kommt er über den Deckel rein. Und das ist der falsche. Ne. Falsch. Das hier. Ich bin kein Fanboy auf leider keinerlei Züge, will's aber sein. Der Luke. Ein Fanboy ist ein Mann, der sich weiblich kleidet. Das hat nix damit zu tun, dass du weibliche Züge brauchst oder sowas. Alles was du brauchst ist weibliche Kleidung oder süße Kleidung. Ne. Das hat nix damit zu tun. Wenn du das so möchtest, dann mach's einfach. Egal was die anderen sagen. Wie hoch ich bei Sachen mit auf diese. Cage, ich stell mir das nicht vor. Das wird so passieren. Ja nice Niko. Ah. Ähm. Ich will trotzdem ganz kurz, bevor wir loslegen. Ähm. Zum Auto gehen. Und den Kasten mit dem Trinken hochholen. Ähm. Damit. Ich was da habe zum Trinken. Und nicht nur Wasser. Ähm. Dauert so 5 Minuten. Bin gleich wieder da. Hab euch lieb. Wenn du so Teil sehen aufρkiert. Ihr снимbecellen. Ist das floodge företag würde. ства 환 fundament. Ich habe Bothu. quando der Pferde 2 mm Iz und gezressen. dabei auch bei ihm. ESKachando. Da war VC. Ja. weiter und draußen, draußen ist einfach Weltuntergang, draußen ist gefühlt mega bewölkt und alles und kalt und mein Zimmer sind einfach 30 Grad gefühlt. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal. 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 Ok. Letzter Leben. Ne, ich hab wieder eins. Jawoll. Drecks Vögel, ne? Junge! Rutsch war ich so. Jetzt, ob das passiert, denn... Ach, Mann! Kannst du jetzt später sagen, dass der Tem-Command-Clip noch nicht wieder funktioniert? Muss das auch. Hm. Warum geht denn der noch nicht? Ich hab mich doch neu verbunden. Ähm... Clip, Clip, Clip... Ähm... Ach, nicht hier, ne? API Twitch Clips... Oops. Ich bin gut nach, Leute. Moment... Ah... Moment... Habe ich mich hier wirklich eingeloggt? Mal gucken. Habe ich mich hier wirklich eingeloggt? Ok. Oh... Okay. Oh... Ich bin... das ist nochmal ein neuer aktivieren moment hi hi gamey weiß nicht muskow weiter will ich brauchen na wie gehts mein qd gamey kann doch bestimmt helfen bin ich mir gerade unsicher weil es ja quasi über die webseite image warum brauche ich ein image emotes ich muss gleich wieder weg ich habe mein handy in meiner werkstatt liegen lassen ich will dann auch ganz schnell hoch hingehen ja 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 was für punkten ja was sind gamey süßer hm 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 Technik geht nicht in Spawn, ja irgendwie schon, nein es ging noch die ganze Zeit nicht das ging noch die ganze Zeit nicht gängig, indem ich das mit dem löschen gemacht habe, mit der API Flip-Command gtts Ich versuche das hier mal Ja Luca, ich muss ja gucken, wo der Pauken herkommt Ich sollte es nicht schaffen Warum nicht? Hä? Ähm, wo ist das Clip-Ding? Ah, hier Manage Ich habe keine Ahnung, ich muss mal gucken wie ich das mache Ihr müsst halt die ähm, Clip manuell machen jetzt Die Clip manuell machen erstmal Ich zog jetzt weiter So, ich will es aber höher machen Deine Schlafstelle in der Uhr bis morgen Bis Gott Ja Ja Guck mal später an Luca, nachdem bist du eben Ähm Meine Model-Mama schreibt weg gerade Ähm, ich schreibe ganz kurz mit ihr Ich bin gleich wieder da, ne Weil sie schreibt mir immer nur so ein-, zweimal die Woche Und das ist mir wichtig Bis gleich Mua Ja Uhhh Ja 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 Vielen Dank. 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 Nur wegen dir gebe ich immer alle meine Kohle aus. Was? Was für eine Kohle? Heiz du oder? Heiz sie. Ja, bin gleich wieder da, Leute, bin gleich wieder da. Ich bin gleich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay. Wow. Oh, ich bin so dumm. Einfach mal an der Kante stehen bleiben. Hooken ist doch eine Liane vielleicht, anstatt einfach rein zu springen. Warum springe ich denn da rein? Ihr habt so viele extra neben. Ich verschwende die sowas von krass. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Liane, spring. Auf den Vogel und go. Ich hoffe, jetzt hier. Weitsprung. Bonusfass. Jawohl, ich wusste es auch. Zum Running Gag. Kurz den Tränen. Tränena. Was ist ein Running Gag? Das kann ich auch wissen. Ui! Let's go! Da ist der nächste Straussi. Ich bin nicht langsam. Ich bin super schnell. Ich bin immer eine Katze. Ich hab so ein bisschen Seil, ja. Der Seil muss ein bisschen aufpassen. Also das mit den, ähm, mit dem, mit dem, mit dem Rieden Notsuche ist doch eigentlich am besten. Etwas. Jetzt. Ich banco. Ich muss ganz viele Dinger holen. Das gibt eine Menge Levelabs, Leute. Ich meinst, äh, egal. hier holen als vier das gibt ne Menge ganze neun Leben haben wir wieder mein Gott ey ich in mein Gehirn sagen bum bum egal mit dem Bonusfass werde ich schon nicht Game Over gehen mit nem Bonus Halt dich doch fest also ganz ehrlich die Decay Halt dich doch einfach fest ok ich werde doch Game Over gehen Leute ich weiß nicht ganz genau ich werde es schaffen Game Over zu gehen die sind alle lieb die sind alle ganz ganz doll die ganz ganz doll Liebe ok Konzentrationssprung und und Bonusfass oh lol ein Strauß damit schafft man das Level locker easy aber wollt mal wie soll ich mit dem Strauß die 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 den Seil packen hallo hier ist überhaupt ok das wäre ich ein bisschen zu schnell der kann fliegen in neun Tagen ist es soweit was ist dann soweit Game also ob da fliegen kann also also auch in normalen Level nicht in ähm lol richtig OP ja aber ich wusste nicht ich wusste nicht aber auch so fliegen kann ok let's go Bonusfad wo bin ich wo bin ich was oh egal dann mach mal trocken ich bin immer trocken außer wenn ich feucht bin dann bin ich feucht ja geh weg geh weg warte ah schwe wo ok und da Sprung jawoll erwischt erwischt und erwischt und jawoll diesmal habe ich den Sprung geschaffen dieses O werde ich sonst und drauf scheißen und ehrlich der schießt nach hinten weg hier dieser Drecksack die die ich muss die töten die schießt aber nach hinten der schießt einfach nach hinten ich kann sich das vorstellen dass 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 ein Gegner nach hinten schießt sich umdreht wie so ein räudiger Gegner es machen würde warte stopp nicht nicht unterfallen bonusfass holen jawoll danke für's krauli was jawoll da haben wir's wieder das der vogel kann fliegen gucken wir ja fliegen kann ja 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 da 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 nochmal hier fliegen so bekomme ich auch noch mal eine Menge aber trotzdem eine Menge extra leben aber trotzdem eine Menge extra leben so ich habe Angst ich habe Angst ich habe so viel Angst ich habe so viel Angst ich schnippe an dir das ist nur ein Vogel ich werde zwei Vogel gewesen schnippi schnippi oh nein what the fuck laupt mich einfach da hoch komm zu den neuen hat eigentlich auch Postkarten wieder ja das tun sie ich habe die auch schon bestellt ne ich habe die auch schon bestellt die Postkarten zu 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 Meinst wegen in dem Shop ja klar die kann man auch im Shop rein dann natürlich wobei vielleicht nehme ich das eine Artwork mit dem Stuhl und nehme das für die für die für die ähm Dokumis was denn los Gaming was los Weil ich brauche ja auch ein Artwork für die Dokumi, das quasi dann für mich... Also für Dokumi wird man dann quasi eine Postkarte sich ergaunern können. Check mal durch, lass so 50 hinterlegen. Ich geb die dann jemand mit, der die dahinter legen kann. Am Freitag. Na, kann man die da holen. Warum, Game? Willst du die haben? Wow, DK. Rutsch halt runter wie so ein letzter Idiot. Drei-Tages-Ticket, ui. Dann kannst du dir die Postkarte drallen. Ich denke es wird die Postkarte sein mit dem, wo ich am Schreibtisch hocke. Weil die ist echt schön geworden. Und die anderen beiden verlose ich dann. Ich war auch noch nie auf einer Kon. Habe ich auch nicht vor, um echt zu sagen. Mann! Ach, kann sein, lass ich den Freitag doch doch mich an. Okay, Yank. Wie du kannst. Aber ich habe schon jemanden, der sie hinbringen wird. Ne? Und zwar Vanillein. Ich habe sie gefragt. Die kann sie mitnehmen. Kann sie machen. Oh, Leute. Kommt das denn her. Und los. Ja. Ha. Jawoll. Einmal schaukeln. Und los gehts. Der dreckige... ...Krokodil. Ich hasse das! Boah! Wieso denn langsam? Ich lass dich... Ich mach mir jetzt fast so vorsichtig zu sein. Aber dieser Drecksack da. Dieser Typ, der... Die Plattform, da habe ich jetzt dreimal gestorben oder so. In derselben Plattform. Gibt es doch nicht, dass ich hier so oft sterbe, Leute. Warum bin ich so dumm? So schlecht. Mein Beste ist hier. Okay, hier war kein guter Stern von mir aus. Ich gehe immer nach hinten, weil ich denke, ich springe zu weit. Und dann sterbe ich deswegen. Ich will nicht schon wieder sterben. Ich habe keinen Bock, hier nochmal alles voll zu machen. 100 Wege ins Gras zu beißen, die Karte. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Du Appel. Das ist rutschig hier. Jetzt sagst du rutschig und räudig. Warte. Ich habe nichts gesehen. Du dreckst, Appel, geh weg. Ich bin kurz am Ende. Ich bin kurz am Ende, Leute. Du, Appel, komm her. Ich töte dich. Ich bin kurz am Ende. Ein Rokodil. Dann Exit. Da hat jemand, die ich sagen, herzlich willkommen. Alle drei Karten haben, ja. Gamy kann ich dir schicken, weil, ja. Du tolle Modarbeit machst. Kann ich dann auch Kurumi und Angie schicken. Es kommt noch ein Level. Wie viele Level muss ich hier schaffen, bis ich ein Scheiß-Extra-Level bekomme. Ähm, was du speichern bekommst. Warte, hell. Und für Unterwasser-Level sind... Mir geht's gut um dir, mein Süßer. Unter Wasser-Level sind eigentlich gar nicht so schlimm. Erwin. Nicht fluchten, Süßi. Warum soll ich denn flüchten? Hi, Schäupe, mein Kioti. Wie geht's, mein Schäupe? Oh, Schäupe. Du bist kurz vor den 100 Mal. Ähm, eigentlich sind Unterwasser-Level gar nicht so schlimm, finde ich. Oh Gott. Was macht er? Hau ab. Oh Gott. Was macht er? Oh nein. Das erinnert mich voll an Yoshi's Story hier. Ai, 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 ai. You're a cheap bunny. Der Drecksack. You're a cheap bunny. Ah, ai, ai, ai. You're a cheap bunny. Ai, 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 ai. Yoshi, äh, Yoshi. Yoshi. Ich habe Yoshi. Donkey Kong, schlimm. Schwimm, Donkey. Oh, das war knapp. Das war Knäpple. Bis jetzt geht das Level eigentlich voll klar. Mal gucken. Nein, nicht mag Angie, nicht nur zu bestimmten Leuten. Fluchen würde beleidigen. Fluchen bedeutet ein Fluch auf dich. Ja, geh weg, du. Verdammt. Ich hatte Angst. Äh, wer ist das? Nimm mich jetzt. Äh, bäm. Okay. Beeil dich. Abhauen. Und nicht in keine Lücke reingehen. Lücken sind gefährlich. Komm, 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 komm. Wir schaffen das. Oh, jetzt schon die Hälfte? Easy. Easy. Das schaffen wir. Und ich hoffe, danach kommt was zum Speichern. Weg, 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 weg. Oh, ja. Ich hoffe, dass danach was zum Speichern kommt. Das ist zu viel für mich. Ich kann nicht so 700 Levels machen. Ähm, hintereinander. Es ist schon krass, dass ich überhaupt zu weit gekommen bin. Ne? Es ist schon krass. Was ist unten? Bevor ich jetzt hier, ähm... Oh, der Tricksal. Ach, ein Frosch. Okay, das ist okay. Hier unten ist ein Frosch. Das heißt, wir können über drei Mal sterben und einen Frosch extra mit dem Game machen. Gar nicht so schlecht eigentlich. Wer ist, wer ist süß? Du bist doch süß, Soldati. Erza, darf ich bei dir sein? Ah. Ich wette, Erza kann man gut knuddeln. Hm, hm. Endlich gehe Milch holen. Was kann ich Milch holen? Jeder, 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 jeder Fanboy hat Milch bei sich immer jedem, je... Als ob ich hier geschlagen bin. Jeder Fanboy hat Milch neben sich. Weiße, ich meinte. Also, ich bin so weit gekommen. Wieso, der kann nur drei extra leben? Scheiße. Nur drei extra leben, das ist nicht gut. Ach, du heiliger Fanboy. Da ist ein Heil. Oh, nein! Kann ich nicht melken, Kate, schon? Ja, ganz bestimmt geht das. Hehehe. Kate spielt in Deutsch. Ja, mein Deutsch war eh noch nie so gut. Ich nix kann Deutsch. Deutsch nix können. Wo ist dieser scheiß Bonusfass? Ich brauche ein Bonusfass. Ich gehe nach oben und dann gehe ich nach rechts. Dann habe ich bei mir Ruhe. So, ich hole den Frosch. Dann brauche ich noch einen Frosch. Dann brauche ich noch einen Frosch, Leute. Oh, du dreckst das Fisch. Der hat mich fast erwischt. Ja. Oh, das war knapp. Nein. Oh. Ach, du heiliger Leute. Wie soll ich das schaffen hier? Ah. Unter was? Ich bin weiter. Ich bin weiter als sonst. Ich bin weiter als jemals vor mir war. Ah. Ah. Ich habe keine Fanboy-Milch nicht mehr. Ich frage mich, wer meine ganze Fester von Fanboy-Milch gekommen ist. Angie. Ich bin direkt von der Quelle. Genau. 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 Direkt von der Quelle. Du Tricksack. Warum bist du so schnell? Warum bist du so schnell, Leute? Runter, runter. Bereil dich. Didi. Schwimmen, als wärst du nie geschwommen. Schwimmen, als wärst du nie geschwommen. Schwimmen, als könntest du schwimmen. Schwimmen, als könntest du schwimmen. Nein. 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 Exit. 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 Okay, jetzt machen wir das Vorspiel-Game, ich glaub, das haben wir noch gar nicht gesehen. Und dann machen wir das Level zu Ende. Ja. Weil so schwer ist das Level eigentlich gar nicht. Nach oben, chillen. Wie willst du euch Darni zum Quietschen bringen? Ui. Ja, das Level hat man doch nicht. Das bestimmt so, ja, hier ist ne Menge, hier ist ne Menge, ui. Ui, man, guck mal. Guck mal, hier ist ne Menge, ui. Wir müssen die Ecken abklappern, die Ecken, da sind ganz viel. Badam, 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 badam. Jaaa, alles holen. Ui. 5 Sekunden noch, komm. Ah, nur 300, egal. Es reicht erstmal, wieder 3 extra Leben. Und Darn kann sich den lassen. Damit schaff ich das Level locker easy. Lemon squeezy, Leute. Komm, schwinn doch, nicht da lang. Ach, du Dreckshai. Diesmal hat der Hai mich erwischt. Nach oben, einfach abhauen. Oh, dieser Hai. Der immer so random kommt und mir fast ein Herzinfarkt gibt. Du Drecksack. Oh. Jetzt muss ich wenigstens bis zum, ähm, Frosch kommen. Damit ich das Frosch mit dem Game wieder machen kann, wenn ich dreimal sterbe. Ich hab gar keine Lust auf alles nochmal neu zu machen. Ich muss das schaffen. Wie wenigstens zu Frosch zu kommen, damit ich meine 3 extra Leben wiederholen kann. Wenn ich gerade gestorben bin. Hoch und runter. den Frosch holen. Den Frosch holen. Jawoll. Hai. Wo? Genau. Das ist aus Mulan. Zwei. Der, der Witz. Daher, daher kenn ich den. Hai. Haben einen, streppen sich zwei Strauß in der Wüste. Sagt der eine Hai. Sagt der andere wo. So war das. So ging das, glaube ich. Ja. Voll witzig. Ah. Egal. Scheiß drauf. Ähm. Ich muss ja nur die Frösche bekommen. Und solange ich die Frösche bekomme, ist alles gut. Ja. Die Frösche sind das Wichtige. Essenz des Lebens. Als ob ich getroffen werde. Jetzt kommt der Hai-Fisch. Oh Gott, geh weg. Hier hoch. Frosch erhalten. 3 Meter voll. Aha. Na, Essenz des Lebens. Femmermilch. Das stimmt. Das stimmt. Haha. Das ist süß. Nicht nochmal sterben, Leute. Hier hoch schwimmen. Und hier noch geradeaus. Runter. 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 Links. Runter. Links. Jetzt kommt eine Doppelte hier. Das wird schwer. Ja. Sehr schön. Sehr schön. Ich bin auf einem guten Pfad, Leute. Auf einem sehr guten Pfad. Das schaffen wir. Ist aber so schnell. Warum ist er so schnell? Warum hackt er, Dude? Vielleicht ein Speedhack an. Was ist ein Speedhacker hier? Denn diese Speedhacker hier. Bäm. 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 Am Ende brauche ich Didi. Damit ich einmal getroffen werden kann. Und damit meine Unverwurzbarkeit direkt durchschwimmen kann. Oh nein, ich bin so dumm. Ja, geht, geht, geht. Okay, muss ich hier gut aufpassen. Hier unten. Unten, unten bleiben. Geh, okay. Die Exit. Hab's, ich hab's, ich hab's endlich. Die Teufel sind gesund, ich nehme sie in den Mund und danach sind die Füße in der Hand. Ich bin gespannt, was rauskommen wird. Wir gehen im Drama. Cranky. Warum ist hier Cranky? Warum kann ich nicht? Gerade kam ein ganzer Hude Cranky vorbei. Ich hab die nur so weggehauen. Warum ist hier Cranky? Oh, ich muss noch ein Level machen, dann kommen wir zu Candy. Ah, Leute. Öfas. Du Zäcker, der weckt. Der schmeißt mich runter. Ich brauch Donkey. Ich brauch Donkey. Ich brauch Donkey. Ach, kein Speicher. Wie soll was haben will? Ich brauch, ich brauch, ich brauch, ich brauch, ich brauch Bonusfass. Ich muss Bonusfass finden. Rieke kann die wenigstens One-Shotten. Das ist schon mal gut. Ich schalte auf das K. Okay, 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 Junge, geht weg. Nein, bitte nicht. Komm jetzt zurück. Okay, okay, er bleibt weg, zum Glück. Ah. Ah. Oh Gott, Leute. Oh, Speicherpunkt. Jetzt schon? Jetzt schon die Hälfte rum. Okay, okay. Okay, das geht ja. Ich will, ich will Donkey sein. Weil Donkey kann die großen One-Shotten, die die nicht. Okay, 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 okay. Das wird schon, das wird schon, das wird schon, das wird, das schaffen wir, das schaffen wir. Jetzt schon das Ende. Das ist ein Pfeil. Pfeil heißt Ende. End. Nee, noch nicht ganz Ende, aber bald Ende. Das ist ein kurzes Level, das ist ein kurzes Level. Als ob ich hier so durchkam. Leute, Profi. Ich kann speichern. Ah, ich kann speichern, Leute. Ah. Was eine Tour das war. Ah ja, ich kann speichern. Alter, was eine Tour das war dadurch. Witzen da war, aber so richtig. Ich will mich zu doppelt speichern. Alter, wir haben so viel geschafft, ne. Also, dass ich hier, dass ich bis hierhin kam. Okay, das reicht, das, das reicht für heute mit dem, mit Donkey Kong Conti. Alter, Leute. Ah. Acht Nachrichten. Mal gucken, was das ist. Ach so. als ungerissen markieren so äh du schnuckl hast du mich nicht lieb ich glaub Kato ist halt tot also dass ich das geschafft habe aber ne dank den ganzen Bonusfesten die ich gefunden habe habe ich das irgendwie noch geschafft boah das war so krass Leute die Bonusfeste haben uns auf jeden Fall gerettet hier also auf jeden Fall boah das war schon krass also welche Spiele spielen wir jetzt toll was spielen wir Luigi Mario oder Ever Oasis ihr dürft bestimmen Mario und Luigi da ihr dürft abstimmen meine süßen abstimmen 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 Mario und Luigi anscheinend momentan mhm können wir gern machen und er schreibt auf Discord Memes Musik Mario und Luigi ich seh schon 4 zu 1 ähm sollten wir heute Abend nach Mario und Luigi oder was spielen dann wird es Ever oasis sein wenn aber ähm mal gucken wenn nicht dann machen wir es morgen auf jeden Fall weil Ever oasis ein tolles Game aber ja Mario und Luigi ein tolles Game